Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Zeitreferenz hochauflösendes Signal, beintermittierende unregelmäßige Impulse. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein allgemeiner Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, die über einen Motorstellungssensor verfügen, Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, BMW und so weiter. Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Das Antriebsstrangsteuermodul PCM benötigt ein Zeitreferenzsignal, um die Motordrehzahl und Position zu bestimmen. Dies wird mittels eines Motorpositionssensors wie einer Kurbelwelle, einer Nockenwelle oder eines Kraftstoffpumpenpositionssensors erreicht. Das PCM verwendet diese Informationen, um eine oder mehrere der folgenden Faktoren zu bestimmen. Kraftstoffinjektorsteuerung, Zündzeitpunkt und Fehlzündungsdiagnose. Es gibt zwei Grundtypen von Motorpositionssensoren, Halleffekt und Permanentmagnet. Beide Arten von Sensoren werden durch ein Rad oder eine Scheibe ausgelöst, die in der Nähe des Sensors montiert ist. Typische Radscheibenmontageorte sind die Motorposition, die Einspritzpumpe, der Harmonic Balancer und die Verteilerwelle. Bei Auslösung erzeugt der Sensor ein Rücksignal, das an das PCM zurückgesendet wird. Halleffekt-Kurbelpositionssensoren haben drei Drähte, Referenz, Leistung, Signal und Masse. Der Sensor empfängt eine Referenzspannung, normalerweise 5 Volt, vom PCM und wird von einem Reloktorat ausgelöst. Der Sensor sendet dann ein entsprechendes digitales Rücksignal zurück an das PCM. Permanentmagnetsensoren erzeugen ihre eigene Wechselspannung basierend auf ihrer Nähe zu einem rotierenden Reloktorat. Dieses Spannungssignal wird an das PCM zurückgesendet, wo es von einem internen Analog-Digitalwandler in ein digitales Signal umgewandelt wird. In den in diesem Artikel beschriebenen Codes zeigt das B an, dass das Problem bei einem Teil der Systemschaltung anstelle eines bestimmten Symptoms oder einer bestimmten Komponente liegt. Ein Code P0378 wird gesetzt, wenn das PCM erkennt, dass der Motorpositionssensor B ein Signal mit intermittierenden unregelmäßigen Impulsen erzeugt. Zugehörige Fehlercodes für das Zeitreferenzsignal B umfassen P0375 Zeitreferenz hochauflösendes Signal B Fehlfunktion P0376 Zeitreferenz hochauflösendes Signal B Zu viele Impulse P0377 Zeitreferenz hochauflösendes Signal B Zu wenige Impulse P0379 Zeitreferenz hochauflösendes Signal B Keine Impulse Schweregrad und Symptome des Codes Der Schweregrad dieser Codes ist mittel bis schwer Zu den Symptomen eines P0378 Motorkodes können gehören Motorlicht aufleuchten lassen Harter Start kein Start Schlechte Motorleistung Ursachen Mögliche Ursachen für diesen P0378 Code sind Sensordefekt Verdrahtungsprobleme Beschädigungsradschaden Kontaminiertes Öl PCM Fehlerhaft Diagnose und Reparaturverfahren Beginnen Sie mit der Sichtprüfung des Motorstellungssensors und der entsprechenden Verkabelung Suchen Sie nach losen Verbindungen, beschädigten Kabeln und so weiter Wenn Schäden festgestellt werden, reparieren Sie diese nach Bedarf Löschen Sie den Code und prüfen Sie, ob er zurückkehrt Überprüfen Sie den Motor außerdem auf Metallpartikel, die den Sensorbetrieb beeinträchtigen können Suchen Sie als nächstes nach technischen Service-Buildtanks, TSBs Zu diesem Problem, wenn nichts gefunden wird, fahren Sie mit der schrittweisen Diagnose des Systems fort Das folgende ist ein verallgemeinertes Verfahren, da das Testen auf diesen Code zwischen den Fahrzeugen variiert Um das System genau zu testen, sollten Sie sich auf das Diagnoseflussdiagramm des Herstellers beziehen Die Testverfahren hängen auch vom Sensortyp Ihres Fahrzeugs ab Überprüfen Sie den Sensor-Halleffekt-Sensor Verwenden Sie ein auf Gleichspannung eingestelltes Digital-Multimeter und eine Testleitung für die Rücksonde Um sicherzustellen, dass der Sensor eine Signalspannung erzeugt, schließen Sie ein Messkabel an das Sensorsignalkabel und das andere an Masse an Lassen Sie den Motor von einem Assistenten durch Antippen des Zündschlüssels drehen Starten Sie den Motor nicht, der Spannungswert sollte zwischen 0 Volt und Referenzspannung schwanken Falls verfügbar, können Sie auch ein Oszilloskop verwenden, um die Signalimpulse beim Anlassen des Motors anzuzeigen Permanent-Magnetsensor Überprüfen Sie zunächst den Innenwiderstand des Sensors Trennen Sie den elektrischen Steckverbinder des Sensors und schließen Sie an jedes der Sensor-Klemmen ein auf Ohm eingestelltes Digital-Multimeter an Der Widerstand sollte ungefähr 500 bis 1200 Ohm betragen Die genauen Spezifikationen finden Sie in den Reparatur-Informationen des Werks Wenn der Widerstand-Stest in Ordnung ist, möchten Sie die Sensorleistung testen Schließen Sie dazu den elektrischen Stecker des Sensors wieder an Schließen Sie dann ein digitales Multimeter mit Wechselspannung an den elektrischen Anschluss des Sensors an Indem Sie die Messleitungen der hinteren Sonde verwenden, da der Sensor Wechselspannung erzeugt Spielt es keine Rolle, in welche Richtung die Messleitungen angeschlossen sind Lassen Sie den Motor von einem Assistenten anlassen Sie sollten einen schwankenden Spannungswert sehen Eine Sache, die Sie beim Testen des Sensors beachten sollten, ist, dass ein beschädigter oder nicht richtig ausgerichteter Tonring den ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors verhindert Greifen Sie im Zweifelsfall auf den Tonring zu und überprüfen Sie ihn nach Bedarf Überprüfen Sie die Schaltung Es ist eine gute Idee, den werkseitigen Schaltplan zur Hand zu haben, um festzustellen, welcher Draht welcher ist, während Sie diese Tests durchführen Hall-Effekt-Sensor Überprüfen Sie die Erdungsseite des Stromkreises Schließen Sie das auf Ohm bei ausgeschalteter Zündung eingestellte Messgerät zwischen der Erdungsklemme am Sensorstecker und Masse an Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, befindet sich auf der Erdungsseite des Stromkreises ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Überprüfen Sie die Referenzspannungsseite des Stromkreises Verwenden Sie bei eingeschalteter Zündung ein auf Volt eingestelltes Digitalmultimeter, um die Referenz vom PCM, normalerweise 5 Volt, an einem der drei Sensoranschlüsse zu überprüfen Wenn kein Referenzsignal vorhanden ist, schließen Sie das auf Ohm eingestellte Messgerät bei ausgeschalteter Zündung zwischen dem Referenzspannungsanschluss am Sensor und dem Referenzspannungsanschluss am PCM an Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Als nächstes sollten Sie überprüfen, ob am Referenzspannungsanschluss 5 Volt aus dem PCM austreten Wenn vom PCM keine 5 Volt Referenz vorhanden ist, ist das PCM wahrscheinlich fehlerhaft Überprüfen Sie die Rücksignalseite des Stromkreises Verwenden Sie bei ausgeschalteter Zündung ein auf Ohm eingestelltes Digitalmultimeter, um den Durchgang zwischen dem Ausgangsanschluss des Motorstellungssensors und dem Signalspannungsanschluss am PCM zu prüfen Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Permanentmagnetsensor Überprüfen Sie die Erdungsseite des Stromkreises, schließen Sie das auf Ohm bei ausgeschalteter Zündung eingestellte Messgerät zwischen der Erdungsklemme am Sensorstecker und Masse an Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, befindet sich auf der Erdungsseite des Stromkreises ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Überprüfen Sie die Rückseite des Stromkreises, verwenden Sie bei ausgeschalteter Zündung ein auf Ohm eingestelltes Digitalmultimeter, um den Durchgang zwischen dem Ausgangsanschluss des Motorstellungssensors und dem Signalspannungsanschluss am PCM zu prüfen Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss